Hallo und herzlich willkommen beim Germanischen Lloyd in Hamburg. Mein Name ist Stefan Brandt, ich bin Abteilungsleiter IT-Infrastrukturen. Der Germanische Lloyd hat sich in den letzten Jahren von einer reinen Schiffsklassifikationsgesellschaft hin zu einem weltweit anerkannten Prüf- und Beratungsunternehmen für die maritime Industrie, für Öl und Gas und für erneuerbare Energien gewandelt. Um dieser Wandlung Rechnung zu tragen, hat der Germanische Lloyd Anfang dieses Jahres eine neue Firmenzentrale in der Hamburger HafenCity bezogen. Von hier aus steuern wir mehr als 7.000 Experten und Ingenieure weltweit, die für uns tätig sind. Die Zusammenlegung unserer 16 Hamburger Standorte haben wir auch als Chance begriffen. Nämlich als Chance, unser mittlerweile 5 Jahre altes Kommunikations- und Telekommunikationssystem abzulösen. Wir haben eine Ausschreibung, Telefonie und aktive Netzwerkkomponenten als Managed Service durchgeführt. Von den 7 Anbietern, die sich beteiligt haben, hat Damovo die Zuschlag bekommen. Zum einen hat Damovo durch das Konzept überzeugt. Das Konzept baut auf der durchgängigen UC- und Collaborations-Lösung von Cisco auf. Diese Lösung ist weltweiter Marktführer. Zum anderen hat Damovo langjährige Erfahrung in der Integration von Sprach- und Datendiensten. Wir versprechen uns dadurch vor allem eine Verbesserung unserer Kernprozesse. Und nicht zuletzt war auch die internationale Ausrichtung von Damovo für uns von großer Bedeutung. Weil wir planen, die Lösung auch auf unsere internationalen Standorte auszurollen. Außerdem waren wir überzeugt, dass Damovo uns in der Projektarbeit flexibel und professionell unterstützt. Und das hat sich auch bewahrheitet. Welche Lösungen wurden konkret integriert? Im Wesentlichen ging es um UC- und Collaboration-Lösungen. Wie Sprach-Daten-Integration, Contact Center, Unified Messaging und GSM-Integration mit Mobile Communicator. Wir haben uns hier bewusst nicht für den Eigenbetrieb entschieden, sondern für eine Managed Service-Lösung. Für uns ist wichtig, dass wir sowohl die aktiven Komponenten als auch die Telekommunikationslösung aus einer Hand haben. Damit reduzieren wir die Service-Schnittstellen, wir nehmen Komplexität raus und wir reduzieren natürlich auch die Kosten. Mein Name ist Markus Martwig, ich bin hier Teamleiter beim Germanischen Lloyd für die Windows-Server und die weltweiten E-Mail-Systeme. Mich überzeugt bei der neuen Lösung ganz besonders die Datenintegration, verbunden mit der Sprachintegration. Ich habe direkte Verbindung zu den globalen Kontakten, direkt von meinem PC, über E-Mail, über Fax, alles in einer Lösung. Das erleichtert die tägliche Arbeit ungemein. Mein Name ist Manuela Denker, ich bin hier für das IT-Controlling zuständig. Zentraler Vorteil der neuen Lösung ist für mich die einheitliche Benutzeroberfläche. Dadurch erspart sich für mich das lange Wälzen von Adressbüchern. Das Migrationsprojekt startete nach der Auswahl der Moos als Lösungspartner und konnte drei Monate später planmäßig beendet werden. Eine Verschiebung dieses Termins war aufgrund des festgesetzten Umzugstermins überhaupt nicht möglich. Die besondere Herausforderung in diesem Projekt bestand in dem extrem knapp bemessenen Zeitplan. Erschwerend kam hinzu, dass wir die Implementierung quasi im laufenden Betrieb und parallel mit dem Auszug und dem Bezug des neuen Gebäudes durchführen mussten. Im ersten Schritt wurden die neuen Funktionen und Features für die Mitarbeiter der Unternehmenszentrale hier in Hamburg zur Verfügung gestellt. Im nächsten Schritt erfolgt der Rollout auch an den anderen Standorten in Deutschland, Europa und dem Rest der Welt. Untertitelung des ZDF für funk, 2017